Hallo, ich bin Francesca Duggen und ich mache den gestalterischen Vorkurs an der F&F Zürich. Heute zeige ich euch einen Tag bei mir in der Schule. Am Vorkurs gefällt mir besonders, dass ich einfach in die Schule komme und mich gestalterisch auszutoben. Man lernt zeichnen, malen, fotografieren und mit den richtigen Programmen am Computer arbeiten. Wir haben sogar Kunstgeschichte und Sprache und Literatur. Also auch die Stimmung unter den Leuten ist super und alle haben gleich viel Freude am Gestalten. Man lernt mega viel von den Dozenten und es ist auch mega angenehme Stimmung mit ihnen, weil man sie duzen darf. Ich bin Caroline Schreiber. Ich unterrichte im Vorkurs an der F&F etwa seit einem Jahr. Und sehr schön ist, dass ich an der F&F selber mal studiert habe und so schliesslich den Bock jetzt in die Urne. Das ist eine schöne Art. Der Vorkurs ist eine super Vorbereitung für das Berufsleben. Ich mache Kunst, weil ich mich dann gestalterisch ausdrücken kann und weil ich meine Arbeiten dann auch zeigen kann. Ich würde F&F jedem empfehlen, weil es ist eine super Schule, man lernt mega viel und es gibt einem etwas mit aufs Leben. Es ist einfach geil, mal ein Jahr das zu machen, was du wirklich willst. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat und ihr auch Interesse habt am Gestalten oder Designen, schaut doch mal vorbei und vielleicht gefällt es euch auch. Tschüss zusammen! G8 20 minus 20 F&F 20咸 2 23 24 25 25